Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht-Erweisheit-Letzter-Schluss. Weiter geht es mit Desktop-Wichteln. Vier Wochen, vier ungewöhnliche Desktops, wobei es ja insgesamt sechs sind, aber ihr kennt das Spielwerk ja schon. Dieses Mal geht es um, scroll, 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 um Draco. Draco Desktop ist ein Fork von Lumina. Und mal schauen, ob das jetzt wirklich anders aussieht. Wenn das so ähnlich aussieht wie Lumina, dann wird das eine ziemlich kurze Folge. Aber wie auch bei den anderen Folgen ist es so, ich habe mir das vorher nicht angeguckt. Ich packe das quasi live mit euch aus und gucke nach, was in dem Paket drin ist. Vielleicht haben wir was Schönes drin, vielleicht auch was nicht so Schönes. Und das letzte Mal habe ich es auch so ein bisschen verhunzt mit Absicht. Also es sah hinterher doch deutlich schlechter aus als vorher. Genau, gucken wir uns das Ganze einmal an und schauen wir ins Paket rein. Wie auch bei den anderen Folgen zuvor, beginnen wir wieder mit dem XFCE Desktop unter Sparky Linux 8. Und bemühen wiederum hier Uptus App Center. Das ist diese tolle Anwendung, die es unter Sparky Linux gibt, womit man auf einfache Weise Desktops nach installieren kann. Und das machen wir jetzt gleich mit Draco, der Drache. So, Desktops und Lumina, das hatten wir gerade eben schon. Und jetzt gibt es Draco. Und hier sehen wir, was Sparky Desktop Draco mit installiert. Hier ist nämlich die Liste mit den Abhängigkeiten. Das sind Pakete, die mit installiert werden. Und da haben wir wiederum ein paar alte Bekannte, also wie hier Mousepad. Das haben wir unter Lumina auch schon gesehen. Das Hauptpaket heißt dann Draco Desktop und einmal grob guckt. Network Manager genommen. Okay, brauchen wir nicht angucken. Pavo Control, Qt oder das andere brauchen wir auch nicht gucken. PN Mixer ist vielleicht ein bisschen was Eigenes. Das hier ist von Gnome Pulse Audio. Sparky About, okay, Sparky Aptus App Center. Könnte was anderes sein. Dann haben wir hier... So, also das sieht jetzt nicht so aus, als ob der jetzt großartig viel mit bei wäre. Aber lassen wir uns überraschen. Von daher installieren. Und im Hintergrund öffnet sich das Fenster, wo die eigentliche Installation läuft. Und nochmal die Übersicht mit was wird alles installiert. Insgesamt werden 39,9 MB hinzu installiert. Also das ist... Ist das der kleinste Desktop, den wir hatten? Könnte sein. Also ich möchte das natürlich, also J und Enter, wird das runtergeladen. Und dann haben wir es auch gleich. Wie schon angekündigt, mit den ungefähr 40 MB sollte es schnell gehen. Und ja, es ging wirklich schnell. Also auf Bänden drauf gehen und Exit und einmal abmelden. Und dann gucken wir mal, wie das gleich aussieht. So, einmal richtig hier. So, oben haben wir Draco. Nehmen wir natürlich. Dann Benutzername, Passwort. Also es sieht schon ein bisschen anders aus, als das Lumina. Wir haben hier unten ein Startmenü. Das, was ich per Hand so ein bisschen hässlich hingefrickelt habe, das ist hier standardmäßig mit dabei. Und wir haben so ein Ausklapp, ja, Menü. Hatten wir beim anderen so nicht. Da war so eine Suchfunktion drin. Das war ein bisschen anders. Okay, also von daher, es gibt wirklich Unterschiede, obwohl es ein Fork von dem Lumina ist. Da haben wir... Ja, also wie auch bei den anderen Sachen, gucke ich hier jetzt nach Anwendungen, Einstellmöglichkeiten, die spezifisch für diesen Desktop sind. Und sowas Generisches schaue ich mir nicht wirklich an. Bildbetrachter, keine Ahnung, was dahinter ist. Aber das sieht doch wieder sehr generisch aus. Das, ähm... Ach, wie hieß denn das? GQView... Also irgendwas hatten wir gerade in der Liste gesehen, was da mit installiert wird. Also das ist wohl nicht spezifisch. PN-Mixer. Aha, kann ich... Okay, gut. Dann ist das so. Ja... Mh, 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 mh. Power Settings. Da haben wir jetzt... Also ein Unterschied zu dem Lumina ist schon mal, es ist weniger übersetzt... Als, ähm... Ja, also es ist weniger übersetzt als Lumina, genau. Also, mh, Zirkel, Blubhase. Genau, aber gehen wir es einfach von oben nach unten mal durch, wo ich das schon offen habe. Also Applications. Genau, da kann ich wieder festlegen, was womit geöffnet werden soll. Hier gibt es allerdings mehr Einträge als beim Lumina. Also CD Player und DVD Player hatten wir nicht mit dabei. Dann haben wir hier Advanced. Das ist... Also ich würde sagen, das ist quasi dasselbe. Beim Audio aufmachen. Das meine ich habe ich im anderen Video auch gemacht. Also es ist nichts voreingestellt. Also es ist nichts... Also kein Dateityp mit irgendwas verknüpft, so dass man sofort, ja, keine Ahnung, eine Monkey-Audio-Datei abspielen könnte mit einem Doppelklick, dass sich denn dieser Medienabspieler sofort öffnet. Das haben wir hier nicht. Also das ist wie bei Lumina auch. Kann man natürlich hier setzen. Set App. Und sich dann irgendwas aussuchen. Ich glaube, das ist ein Media Player, ne? Okay, gut. Also man kann dort die Programme festlegen, welcher Dateityp mit welchem Programm geöffnet werden soll, wenn man, ja, die Datei öffnet. Dann Autostart. Kennen wir, haben wir schon mal gesehen. Ich weiß nicht, wie er klein wird. Übrigens, wir haben hier diese eher erkennbareren Icons, also X zum Zumachen, das für Groß und Klein und das hier zum Kleinmachen. Bei Lumina war das irgendwie hellgrau, mittelgrau und schwarz. Also das hier finde ich doch ein bisschen eingängiger. Also von daher kann ich mir schon denken, warum es diesen Fork überhaupt gibt. Weil sich der Fork doch deutlich eher an anderen Desktops orientiert, sodass man sich eher zu Hause fühlt, sofort erkennt, wie was gedacht ist und so weiter, als bei Lumina. Schauen wir mal, was sich unter General verbirgt. Und da haben wir, achso, ob Icons auf dem Desktop angezeigt werden sollen, ob da so ein Speicher, Auslastungsdings oder Storage. Also weitere Erklärungen dazu gibt es auch nicht. Also Festplatten, Laufwerke, dass die dort auf dem Desktop auftauchen sollen. Also von daher wundert es... Oh ja, Desktop hier unten. Okay, gut, das ist meine Virtualbox-Virtuelle-Gasterweiterungs-CD. Die ist da... Also hier kann man ein bisschen was einstellen und auch das Datumsformat. Bevor ich jetzt hier versuche, weiter Dinge zu finden, ob es irgendwo Spracheinstellungen gibt. Persönliche Einstellungen wird es wahrscheinlich nicht sein. Genau, hier kann man wiederum für den Benutzer, also für mich selbst, kann ich dort Informationen hinterlegen. Im anderen Teil zu Lumina habe ich irgendwie so ganz viele Nullen eingetragen. Also das ist wiederum genauso wie bei Lumina auch. Onboard... Also der Iconsatz ist auch ein komplett anderer. Also Onboard hatte da dieses Onboard-spezifische Logo bei. Ist ja nicht so. Aber bevor ich mich noch weiter ablenken lasse, ähm... Da, Keyboard, da können wir einstellen... Nö, können wir gar nichts einstellen. Okay, gut. Das können wir nicht. Panels. Da haben wir... Application-Menü... Äh, äh... Genau, das ist hier unten. Also bei Lumina war es oben. Standardmäßig erstmal. Und da kann man zusätzliche Elemente hinlegen, wenn man es denn wollte. Dann kann man hier... Appearance, also das Aussehen... Also Custom Color. Ach, mach ich wieder sowas. Es wird nicht schöner, oder? Oder? Ach so, Save. Ja. Obwohl hier mit dieser Transparenz wirkt das irgendwie hübscher. Also ich bin ja nun wirklich kein Freund von Transparenzen. Ich finde die eigentlich immer lästig. Aber in diesem Fall hier würde ich sagen, hat das schon ein bisschen was mit dem Hintergrundbild zusammen. Kann man mal so stehen lassen. Dann haben wir hier, wo wir die Leiste positionieren wollen. Also Bottom, also unten. Und wo das, ähm, ja, angezeigt werden soll, zentriert in der Mitte. Dann haben wir wiederum hier Size. Also die Größe, ähm, das war bei dem Lumina irgendwie als Länge übersetzt. Was ich irgendwie komisch fand, weil es ja eigentlich eher so die, die Dicke ist oder die Höhe. So, genau. Kann man ein bisschen größer machen. Und es nähert sich damit schon wieder so ein bisschen XP an. Ach, ist das, ist das schön. Dann Stromeinstellungen. Was soll passieren, wenn man den Laptop-Deckel runterklappt? Nichts. Das ist hier auch ausgegraut, weil es wahrscheinlich kein Laptop ist oder als solcher erkannt wird. Suspend, mhm, mhm, mhm. Obwohl, das ist ja quasi alles aus, ne? Suspend After. Also da darf ich. Hm. Ja gut. Also ein bisschen was kann ich einstellen. Einstellen, aber wirklich sehr wenig. Und hier ist auch gar nichts zum Save anklicken. Modification. Hatten wir das hier? Ne. Also bei Lumina, da musste man an vielen Stellen noch sagen, ich möchte diese Einstellung jetzt wirklich speichern. Hier ist das nicht so. Wallpaper. Da kann man wiederum Hintergrundbilder auswählen. Bei Lumina gab es eins. Hier gibt es auch noch eins. Aber man könnte natürlich weitere irgendwie dazu kopieren. Dann hätte man auch mehrere. Als nächstes haben wir Bildschirmeinstellungen. Das sieht ein bisschen anders aus. Also bei Lumina gab es noch so eine Vorschau. Also wie dieser Monitor quasi aussieht. Das gibt es hier nicht. Ja, okay. Dann Druckeeinstellungen ist wahrscheinlich wieder der Red Hat 2012. Genau. Also das ist nicht spezifisch Open Box Configuration Manager. Also das ist der Fenstermanager, der im Hintergrund läuft. Der dafür sorgt, dass Dinge so angezeigt werden, wie sie angezeigt werden. Kann man jetzt natürlich wieder alles hässlicher machen, als es schon ist. Also es fällt ja eigentlich erstmal relativ gefällig aus der Tüte. Es stört insofern nicht. Es ist schon ganz okay. Und man könnte jetzt hier die Größen und was weiß ich, wie die Maus fokussiert, Arbeitsflächen und was weiß ich alles machen. Würde ich aber so lassen. So. Paketverwaltung, Textbearbeitungseinstellungen. On-Board, Tastatur und da haben wir immer Keyboard und da haben wir Tastatur und Maus. Genau, also Beschleunigung und wie schnell das wiederholt werden soll. Und das hier ist... Also das ist schon was anderes. Also da könnte man theoretisch Spracheinstellungen vornehmen, geht aber nicht. Müsste man wahrscheinlich irgendwas nachinstallieren. Aber ich mache das hier wiederum so wie bei den anderen Folgen auch. Also ich installiere jetzt nichts nach. Ich versuche nichts irgendwie zu korrigieren oder sonst irgendwas. Es ist so wie es aus der Tüte fällt. Irgendwie ich das Paket auspacke. Es ist so wie es ist. Also man wird eine Menge noch mehr machen können, weil man ein bisschen Zeit investiert. Dann haben wir wiederum hier Screen Saver Settings, also Bildschirmschoner von dem X-Screen Saver. Ist auch nicht spezifisch. Von daher lasse ich das auch. Ja, mal gucken, was wir noch Schönes haben. Ob ich jetzt hier noch irgendeine vielleicht spezifische Anwendung finde. Hier kann man sich die Icons angucken, die irgendwo verbraucht werden oder gebraucht werden. Also ja, okay, gut. Vielleicht ist das spezifisch, vielleicht auch nicht. Kriegen wir hier irgendwas raus, wozu gehört? Nö, das ist alles nicht spezifisch. Das hier auch nicht. Settings. Achso, irgendwas gab es ja für Aptus. Mal gucken, ob das jetzt anders aussieht. Nö. Also, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn sich das jetzt irgendwie geändert hätte. Nö, also da sehe ich jetzt eigentlich nichts mehr, was jetzt spezifisch dafür wäre. Von daher ist das eine relativ kurze Folge. Also, die wäre auch so oder so relativ kurz gewesen, wenn ich davor nicht Lumina schon gemacht hätte. Ja, das war es dann auch für jedes Mal mit dem Desktop-Wichteln, mit dem Draco-Desktop. Wie wir gesehen haben, haben wir nicht so viel gesehen. Also, so viel Spezifisches war diesmal wirklich nicht dabei. Aber fällt schon mal gefälliger aus der Tüte als Lumina, finde ich jedenfalls. Ja, probiert das gerne aus. Lasst es bleiben. Wenn ihr es ausprobieren möchtet, könnt ihr so ein Sparky Linux 8 nehmen und das installieren, wie ich das gemacht habe. Ja, und ansonsten abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020